Leute, der Typ neben mir ist der Hammer! Hey! Ach, ganz gut, aber es wird Zeit für trockene Klamotten. Deftigen Kartoffeltopf mit Rind und Bohnen. Hashtag Jens rennt, seit 17 Stunden bin ich nun für die Pflege unterwegs und ich befinde mich kurz vor dem Burg und es sind so circa 181 Kilometer noch bis Hannover. Und ja, mir geht es soweit ganz gut. Die erste Nacht ist soweit überstanden. Jetzt habe ich allerdings noch eine Botschaft von euch. Spendet noch für mein tolles Projekt unter 813190. Der Kennwort Jens rennt. Vielen Dank! Wir sehen uns!